Hallo, Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Ein etwas spezielleres Video und ja auch ein wenig sentimental für mich muss ich sagen. Das ist mittlerweile 564 Tage her, wenn ich richtig informiert bin und mich richtig informiert habe. Ich hoffe so was habe ich heute mit euch vor ich weiß noch nicht genau wie ich das Video nennen werde auf jeden fall ist es was besonderes was was nicht jeden tag auf dem Kanal kommt in diesem Video gucken wir uns ein anderes Video an. Ich frage mich wer es von euch kennt wer es von euch schon kennt das Video schreibt einfach mal in die Kommentare hier ich kenne es also das hier müsst ihr nicht aber ich kenne es wäre schon cool. So wir fangen einfach mal an ich mache es mal auf Vollbild, drücke auf Play und bin still. Wer es bemerkt hat ist noch das alte Intro ne? So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vorstellungsvideo. Oh Gott, wer ist das? Hier geht es erstmal um unseren Kanal, denn wir, das sind einmal ich, Anton, Tom. Hallo. Und Fredi. Hallöchen. Wir sind drei Typen. Wir sind nicht drei Typen, wir sind User Productions, würde ich dazu mal sagen, um es zu korrigieren. Und ja, Anton, Tom und Fredi sind immer noch dabei. So, falls ihr es mitbekommen habt, 564 Tage ist es her, genau am 29.11.2015 um 21.08 kam dieses Video online. Das war unser erstes Video. Alle drei Typen auf dem Haufen und wir haben versucht uns vorzustellen. Ja, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich vor diesem Video ein kleines bisschen Angst habe? Das habe ich mir eben gerade spontan ausgedacht. Also eigentlich wollte ich das, irgendwann hätten wir es bestimmt gemacht, aber ich hatte gerade mal richtig Lust da drauf. Ja. Oh, und ich bin doof, ich muss mal ganz schnell was gucken. Sorry, ich muss mal ganz schnell was gucken. Fuck, 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 watch, fuck, watch, 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 watch. Mein Kanal. So, gucken wir doch mal. Okay, gut, das habe ich auch. Ich schreibe es mir immer dahinter. So, das muss ich mal ganz schnell nachgucken. So. Ja, Anton, Freddy und Tom. An sich als erstes Mal in den Vergangenheits-Anton, ne? Sag mal, du bist ein Esel, ne? Und der Esel nennt dich immer zum Schluss, wollte ich dir bloß mal so sagen, ne? Also Tom, Freddy, Anton oder Freddy, Tom, Anton. Du immer zum Schluss, nicht zuerst. Wie selbstsüchtig. Gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das jetzt mittlerweile 564 Tage her. 29.11.2015 zum Zeitpunkt dieses Video, wo ich es aufnehme. Ich hoffe, dass es den Tag da drauf, also wir haben es jetzt am 14.06.2017 um 23.09. Ich denke mal, dass es am 15. rauskommen wird. Ich hoffe, dass ich es so schnell hinkriege. Aber ich denke, ich denke. Und ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal weiter an. Mal gucken, was wir noch so erzählen. Aus Mecklenburg-Vorpommern und wir haben richtig Bock für euch Let's Plays zu machen. So, ich würde sagen, Freddy, fang doch mal an, dich vorzustellen. Bevor Freddy weitermacht, schalte ich mich mal wieder dazu. Und das mit dem Bock auf Let's Plays, ne? Das stimmt immer noch. Zumindest bei mir. Wir haben immer noch Bock. Nur leider nicht mehr so wirklich die Zeit. Aber mach weiter. Hallo, ich bin Freddy, bin 15 Jahre alt und gehe in die 10. Klasse. Und ja, mein Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Hier bekommen wir auch alle her. Und ja, das war's über mich. Ich übergebe jetzt zu Tom. Ja, Freddy. Freddy war damals 15. Heute ist er 17. Immer noch der Jüngste von uns dreien. Aber er ist ja egal, ne? Ähm, jo. Er ist schon stolz auf Mecklenburg-Vorpommern. Schön. Gut, Freddy, über den rede ich später noch ein bisschen. Und ja, machen wir mal weiter mit Tommy, ne? So, lernt das denn hier drauf. Hallo, ich bin Tom. Ich bin 16 Jahre alt und werde auf diesem Kanal nicht selbst aufnehmen, keine Single-Player-Let's Plays machen. Aber ich werde im Verstimmten-Multi-Player-Let's Plays mitwirken. Anton, du bist dran. Ja, Tommy. Du kleine Sau. Damals noch unschuldige 16. Heute schon fast 18. Ich glaube, warte, lass mich lügen. Hm. In zwei Monaten, in zweieinhalb Monaten oder so wird er auch schon 18. Alte Sau. Gut. Ja, keine eigenen Let's Plays. Nur Multiplayer. Stimmt doch gar nicht. Ich erinnere mich fest daran, dass er EU4 aufgenommen hat. Ich erinnere mich fest daran, dass er... Lasst mich lügen. Daisy hat er gemacht. Und, ähm... Lasst mich lügen. Wo ist es? Ich sehe es gerade auf meiner schönen Liste hier nicht. Ich sehe es gerade wirklich nicht. Ich bin blind. Da. EU4? Habe ich schon gesagt, ne? Daisy. Wo ist es denn? Bin ich... Da, The Forest. The Forest hat er auch aufgenommen. So. Machen wir mal weiter, ne? Ja, ich bin Anton, bin 16, komme wie die anderen beiden auch aus Mecklenburg-Vorpommern und ich bin quasi der für die ganzen... die ganze Scheiße. Ja, damals 16, mittlerweile 18, fährt mittlerweile sogar schon mal in der Auto. Gott, wer hätte ich halt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Damals noch 16. Oh, ist das schön, das alles mal wieder zur Revue passieren zu lassen. Ich mach das bestimmt irgendwann in 20 Jahren normal. Ich werde heulen. War ja jetzt schon fast. Ah, damals, das war kurz nach... Ne, stimmt gar nicht. Das war gar nicht kurz nach der Idee. Dieses Video ist, glaube ich, zwei Monate nach der Idee erst entstanden. Einen Monat vor dem Video haben wir schon Kanal erstellt und alles. Daher passt das auch nicht ganz mit, ähm... Mit dem Erscheinungsdatum hier, 29.11.2015. Und den Eröffnungsdatum vom Kanal, das passt auch nicht so ganz. Das Eröffnungsdatum vom Kanal weiß ich jetzt nicht so ganz, weil ich das nicht ganz so wichtig fand. Auf jeden Fall, ja. Geht weiter. Oder habe ich noch was vergessen? Nö, wir machen weiter. So, ja. Ach ja, der, äh, ja, ich bin immer noch für die ganze Scheiße verantwortlich. Alles, was auf diesem Kanal passiert, ich kriege immer den Ärger ab. Das ist ja nicht so, es passiert ja nicht besonders viel schreckliche Sachen, schreckliche Sachen, die wir nicht verantworten können. Doch. Hin und wieder mal. Verschwind mal so ein Video vom Kanal. Also ne, ich glaube nicht. Vielleicht ungewollte Videos, so. Ja, ist ja auch egal. Ja, für alles drumrum. Wisst ihr, Anton ist quasi unser Headquarter. Das war seine Idee gewesen. Und deswegen wird auch alles auf seinem Boden wachsen. Genau, ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen, lass mich lügen. Vier. Äh, da kommen wir später noch zu, auf jeden Fall. Aber, ich hab die Pflanzen gegossen. Aber nicht so lange. So, was haben wir jetzt noch? Wir wollen auf dem Kanal Let's Plays machen. Beziehungsweise, Fredi hat vor, äh, Tutorials zu machen. Ah, ob das jetzt wirklich weichert ist, was stellst du dir darunter genau vor? Also, was ich zuvor erst machen werde, äh, sind wahrscheinlich Tutorials, über Installationen und so weiter. Und wahrscheinlich Flash of Clans, weil da braucht man jetzt nicht so die Grafik dafür. Oder die Leistungen halt. Genau, und dazu müssen wir noch sagen, ich glaube, meine Fredi bekommt erst, äh, keine Ahnung, vielleicht dieses Jahr noch oder erst Anfang der nächsten Jahre. Das halte ich, weil ich sie so sehr nachbar fand. Denn seine alte Grafikkarte ist nicht die beste. Ja, dann würde ich wahrscheinlich noch, ähm, Spieltests machen, ähm, über Playser oder so. So, ich seh mich immer noch, mach das mal weg. Ich will mich nicht mehr sehen, den guck ich da nicht, ich guck mich immer selbst an. Ich bin voll selbst weh. Ich find das total ablenkend. Aber das ist jetzt nicht ganz klar. So. Und wahrscheinlich auch Kampagnen oder so davon aufnehmen. Und ja. Ja, das hört sich doch schon sehr gut an. Gut, denn kommen wir mal... So. Ich glaub bei Fredi, ne? Was er so vorhatte, Tutorials, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht waren da ein paar Clash of Clans und Clash Royale Tutorials bei. Weiß ich jetzt nicht so ganz, aber sonst. Erstens, es kommt anders, zweitens, als man denkt, ne? Ja, Fredi, vor allem Clash of Clans und Clash Royale. Hat er überhaupt irgendein... Hat Fredi... Hast du überhaupt mal was anderes gemacht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Hier so in meiner Liste wüsste ich jetzt nicht, was... Du hast bei Borderlands damals mitgemacht, aber mitgemacht. Ich meine jetzt so eigene Sachen, ne? Ja. Hm. Ja, lassen wir sie mal weiter erzählen. Multipläne, die wir spielen wollen. Das ist einmal Altes, also A3 mit der Altes-Live-Mod. Das werden ich und Tom spielen. Jawohl. Genau. Denn wollen wir noch Minecraft machen. Das werden hauptsächlich ich und Fredi sein, aber Tom kommt natürlich auch... Das interessiert doch alles gar kein Bild, was wir da vorhat, ne? Könnt ihr euch das... Ich verlinke das Video ja sicherlich auch nochmal in der Infocard hier unten. Unten in der Infobox. Nicht Infocard. Ähm. Auf jeden Fall. Jetzt labern wir in dem Video noch viel darüber, was wir vorhaben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja. Ist schon ganz schön sentimental, dass das schon... Fast zwei Jahre sind, ne? Fast zwei Jahre. Lass mich lügen, in drei Monaten, in vier Monaten, irgendwann ist es so weit, sind es drei Monate... Äh, zwei Jahre, dass es diesen Kanal schon gibt. Und in diesen bis heute, 564 Tagen seit diesem Video hier, sind 692 Stand 14.16.23 Uhr ungefähr. Ähm. Ja, sind 692 Abonnenten dazugekommen. Finde ich ne übel beeindruckte Zahl. Weil damals, ich weiß ja noch, bei den 100 Abonnenten, wie wir da ausgerastet sind... Alter Schwede. War das geil. Mann, da haben wir uns schon so extrem drüber gefreut. Und also ich persönlich freue mich über jeden Einzelnen, der neu abonniert und auch wirklich dabei bleibt. So, wer den Kanal abonniert und danach nie wieder reinguckt, hat den Kanal schon mal gesehen, kennt den Kanal. Ja. Finde ich gut, aber... Dabei bleiben ist alles, ne? Ach ja. Ach ja. Ich könnte ja jetzt ein bisschen rumholen, ne? Warte mal, aber eine Bemerkung kommt noch irgendwann, ich weiß nicht, ob die schon war. Oder dann hab ich sie überquatscht. Öfter mal eins dazu. Wir gucken mal. Da, genau. Friedi, sag doch mal, was wir in Minecraft genau vorhaben. Ja, wir sind heute schon auf, seit Leben gesehen, auf einem Server, der sich Eldercraft nennt. Wir haben da uns schon mal ein bisschen eingenistiert und gefällt es da auch relativ gut und würden auch dafür ein bisschen, wie nennt man das so, werben. Genau. Eldercraft ist ein richtig geiler Server mit dem Hauptaugenmerk auf, äh, RP, also nicht... Roleplay. Ne, nicht Roleplay. Real Life. Weißt du, man soll das richtige Leben danach stellen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Minecraft gab es, glaub ich, noch nie auf diesem Kanal. Gab es, glaub ich, nicht. Wird's vielleicht irgendwann mal geben. Weiß man nicht. Ich hab's erst mal noch... Doch, klar. In einem Stream haben wir mal Minecraft gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, wir haben mal in einem Stream Minecraft... Minecraft. Meine Kraft. Gespielt. Ja. Ne, auf jeden Fall auf das Zitat, was ich... Was hier noch im Video kommt, wollte ich drauf eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Und, äh... Genau. Und Eldercraft hat noch nen Kumpel von mir... Tom, was wollen wir denn auf mein... Äh, so... Na gut, das sollte es jetzt aber zu Minecraft gewesen sein. LS15... Da steht noch nicht fest, welche Map-Oder sind wir auch ab und zu noch machen. Genau. Jo. Kommt das jetzt? So. Denn... Wie oft kommen Videos bei uns? Wir versuchen natürlich... Unregelmäßig. Denn wir müssen ja nicht hin aufzunehmen und... ...maar kein Video kommt. Aber da werden wir euch denn auch im Laufe des Tages, wenn das Video kommen, soll, äh, informieren, ob es kommt oder beziehungsweise... Ja, auf Facebook gibt's immer ne Benachrichtigung. Auf jeden Fall, was das Alkommen von Videos, äh, angeht, ne. Ja, also ich persönlich habe ja feste Zeiten, wann meine Videos kommen sollen. Aber manchmal schaffe ich das nicht. Also wenn ich... Wenn Videos kommen, kommen die zu den festen Zeiten. Wenn nicht, äh, dann kommen sie halt nicht, ne. Weil... Ich weiß auch nicht Bescheid, es kommt nicht. Es kommt mal zwei Wochen lang jeden Tag... Also jede... Jeden Termin... ... ein Video. Ja. Jeden Termin ein Video. Genau. Den Termin könnt ihr ja im... Äh, Sendeplan mal nachgucken. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, den hat noch nie einer angeguckt. Weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl. Hat noch nie einer angeguckt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, irgendwann kommt da im Laufe des Videos noch die Bemerkung, Spaß steht bei uns im Vordergrund. Und das ist ja auch, was zählt. Das ist heute noch so. Ja. Was anderes will ich gar nicht. Spaß haben. Und ich habe saumäßig Spaß. Mittlerweile geht es auch mit... Am Anfang des Videos war es jetzt mittlerweile schon 16 Minuten her. Ich muss mich langsam ranhalten, dass wir hier noch über 20 Minuten kommen. Aber selbst wenn, dann ist das halt so. Und, ja, mittlerweile, was sich bis seitdem geändert hat, ne? Unser Kanal hat eine ganz gute Fanbase, würde ich fast sagen. Fast 700 Abonnenten. Alter, was ist das denn? Man muss mal bedenken, meine Schule, auf die ich früher gegangen bin, was ja heute auch nicht mehr so ist, ne? Also ich gehe nicht mehr auf diese Schule, weil ich mittlerweile eine Ausbildung mache. Komme ich später noch zu oder in einem der nächsten Videos. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Die hatte nicht ganz 200 Schüler. Das bedeutet, das ist dreieinhalbmal unsere Schule. Alter Schwede. Mann, sind das viele Menschen. Und das sieht auf dem Schulhochschulangeneis auch viel, auch bei 200. Aber ist ja auch egal. Okay. Ich wollte auch noch mal darauf eingehen, was für eine Let's Plays gab es seitdem. Ich mache mal hier ein schönes Bild. Haben wir sonst noch was? Also von meiner Seite nix mehr. Das ist gut. Ich glaube, jetzt sind wir durch im Video. Was gab es bisher? Ich will jetzt einfach bloß mal auflisten. LS15, 4 Videos. Geniales Spiel. Geniales Spiel. Ja, aber bei 4 Aufrufen braucht man das ja nicht mehr machen, ne? Äh, The Talos Principle. Sechs Folgen. Auch super geniales Spiel. Prison, äh, Prison Architekt. Da war er schon da. Das ist Anton gerade ein bisschen verrutscht. Kerbal Space Program. Zwei Folgen. Wieso gab es da eigentlich nur zwei Wochen? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch... Ach ja, weil der Spiel stand weg, wo ich nicht wieder neu anfangen wollte, ne? Naja. Wir hatten fünf Infovideos. Äh, Train Fever, vier Folgen. Firewatch, acht Folgen. Firewatch, das ist so ein geniales Spiel. Wieso habe ich es nie zu Ende gespielt? Ich verstehe es nicht. Äh, Clash Royale. 24 Folgen. Freddy, dein Verdienst, ne? Äh, Factorio, sechs Folgen. Europa Universales, vier. Sechs Folgen. Tommy, eins deiner Let's Plays. Heroes and Generals. Ich mit Paul. Eine Folge. Ja. Daisy, fünf Folgen. Tommy, ich glaube, das ist auch auf deinem List gewachsen. Alien Isolation. Zwölf Folgen bis jetzt. Ich habe seit dem letzten Stream oder seit der letzten Folge auch nicht mehr weitergespielt. Da könnte ich eigentlich mal weiterspielen, ne? Wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele, ruhig mal in die Kommentare schreiben. Notrufe 112 mit Demo und dem richtigen Spiel. Insgesamt zwölf Folgen. Da gibt es bestimmt auch irgendwann noch mehr. Äh, Transports. Transports Fever. 22 Folgen. Insgesamt mit Walkthrough und dem richtigen Let's Play. Ähm, womit ich auch noch nicht fertig bin. Watch Dogs 2. Gab es bisher 20 Folgen. Wahrscheinlich geht es auch irgendwann noch weiter. Jetzt kommt die Königin des Kanals hier, ne? Emergency 4 Mods. 154 Folgen. Da feiern wir auch bald ein Jubiläum, wenn es 200 Folgen gibt, ne? Und Sims 3, was ich auch vor kurzem angefangen habe und was auch noch weitergeht. Aber da habe ich momentan einfach keine Zeit. Genauso wie bei Watch Dogs oder so weiter, ne? Ich habe momentan einfach keine Zeit aufzunehmen. Ich arbeite, schlafe, nehme zwischendurch Emergency 4 auf, Ränder schneide und lade hoch. Ich habe kaum noch Zeit. Und wenn ich mal Zeit habe, steht was an Geburtstage, sonst irgendwas. Weißt du, dass man auch mal nicht am PC sitzt. Apropos Job, ne? Irgendwer hatte das letzte Mal gefragt, was ich mache. Ich bin, werde Gesundheits- und Krankenpfleger. Also, früher war es der Pfleger, beziehungsweise die Krankenschwester. Heutzutage ist es der Gesundheits- und Krankenpfleger. Das bin ich. Also, ich arbeite im Krankenhaus. Gut. Deute ich das Video jetzt hier nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Es waren ja einige... Achso, die Pläne, ne? Was jetzt, dass demnächst kommt. Bald kommt wieder ein Stream. Wahrscheinlich schon morgen. Beziehungsweise, wenn das Video rauskommt. Heute Abend. Life is Strange will ich spielen. Weil am 31. August kommt ja Life is Strange Before the Storm. Ist das richtig? Raus. Und davor möchte ich nochmal das normale Life is Strange durchspielen mit euch. Im Stream wahrscheinlich. Genau. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Ich lasse die Kollegen sich da unten jetzt nochmal verabschieden. In Erinnerungsschwellen. 21 Minuten lang. Nur gequasselt. Und gequasselt. Mein Mund ist auch schon ganz trocken. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 21 Minuten durchlabern kann zu diesem Video. Puh. Gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns morgen ist Donnerstag. Donnerstags kommt noch eine Folge Emergency 4. Da muss ich morgen früh auch aufnehmen. Ja, oder ich nehm gleich noch auf. Muss sehen. Guti. Bis dahin, meine lieben Freunde. Hau rein. Und Tschüssikowski. Die Kollegen von der Vergangenheit verabschieden sich auch noch. Von meiner auch nicht. Gut. Denn soll's das, glaub ich, erstmal gewesen sein, ne? Beziehungsweise eins hätt ich noch. Wir wollen auf diesem Kanal Spaß haben. Da ist es. Nicht nur wir alleine, sondern mit euch. Mit euch, der Community. Das meinte ich, ne? Daher können in den Multiplayern... Apropos Community, wo er's grad gesagt hat, ne? Leute, falls ihr's noch nicht mitgekriegt habt, ne? Unten in der Videobeschreibung, ne? Steht ne IP-Adresse zu unserem Community-Team-Speak. Ruhig mal vorbeischauen. Vielleicht trefft ihr ja mal einen von uns. Könnt ihr auch mal ein bisschen privat quasseln. Oder auch mal eine Runde mit uns zocken. Ja. Irgendwann machen wir auch mal ein Event, dass wir alle zusammen zocken. Nicht im Stream, sondern richtig zusammen aufnehmen. Gut. Jetzt war's das von meiner Seite aus. Die Jungs verabschieden sich jetzt. Bis dahin, ich halt jetzt meine Fresse. Tschüss. Von euch gerne welche mitmachen. Da haben wir sehr viel Bock drauf. Gut. Denn soll's das gewesen sein. Mit unserem ersten Video auf unserem neuen Kanal. Und denn bis morgen oder vielleicht sogar noch heute, wenn ich es schaffe, noch ein Video hochzuladen. Gut. Denn auf Wiedersehen. Unsere. Gut. Gut. Gut.